ja und hallo und willkommen zu einem neuen Projekt in was ich heute gesehen hat von Hannibal LP das der Tönch im App oder um nun geht es jetzt letzten meinten meine Kraft in dieser Höhe ich müssten spiel nachschauen wie es heißt auf jeden Fall mach ich ihm ist auch für Hannibal LP und das ist eine Tönchmepp die muss ich hier 10 Spielen und wo ist das Bett hin in der neuen Adventschmepp nach Regen keine Blöcke setzen keine Blöcke entfernen auf Peaceful friedlich spielen auch okay M 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 Oh, verdammt. Wie lange brauchst du um diesen Map? Wie viele Goldnuggets findest du? Dann hast du die Six-Hälfte um den... Was? Verdammt, los geht's. Los los los. Lauf, 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 lauf. verdammt los neun die Zeit läuft los ich brauche die Bestzeit die Bestzeit das wird etwas länger dauern als geplant und ich hab schon wieder vergessen die Zeit aufzunehmen Prozent 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 Niederspott das was cool dieser Raum ist eben ich habe mir die Sprung mit ausgebildet Prozent wo ich könnte das mit das und etwas ausprobieren Lecklick bringt ein Bruch beim Einbruch ich hab doch die falsche Maus das gedrückt auf die Sintze hektik wir haben gehalten hat schlecht geboten aber sonst ist es eigentlich ziemlich schön da nach oben kommt sowieso nicht doch komm ich irgendwie hier wo so ist es nicht wenn ich geht sich darauf soll es darf man nicht sagen aber es ist wichtig ein extremer Käse mein Gott nachher genau um ich habe schon länger nicht macht immer eine Woche weil ich krank war und ich war auf Urlaub und ja ich hatte eine Kehlkopfentzündung und das ist natürlich lame und da kann ich halt nicht viel reden auch das heißt auch noch nicht und doch nicht jetzt blenden die ganze Woche lang wirken 1 20 4 5 Tage konnte ich nicht reden und dann war ich auch noch im Urlaub und ja das ist sie konnte ich nicht springen und springen nachdem zu spät um es war schon im Urlaub er hat er sich fragt es ist schwimmen 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 springt auf anlaufort schwimmen 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 naja ich schaffst du sie nicht in Heißkur ich hasse diese perfekten mit dem Sprengenbrüchen was ich auch sehr freuen würde wer den Kommentaren mit was ihr aufnimmt du bist bei Indicam Fräps keine Ahnung war Schampo um New Cam verdammt ich bin kurz zu einem oder es gibt es noch nicht auf neue Programme Spass die dort ich fang glaube ich noch mal nicht schnell neue Aufnahme an das geht auch nicht jetzt kann ich auch noch ein Främmert jetzt kann ich auch noch ein Främmert oh Mensch oh das könnte lange dauern ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin die 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 das bin ich mein Schau die man die hier drüben drauf weil es so schöne Abwechslung ist jetzt diesmal und warum ist da oben eine Kiste ein ein vieles gold nugget was sind das pösten was soll das was er hat ja nicht hat er vergessen zu verkabeln oder so ich bin das ich weiß es soll jetzt nichts abbauen aber wie dann sonst Oh, Mann, oh. Oh, Mann. Jetzt legen wir mal wieder hier an. Hmm, hmm. Kann sie das, was kann er das behaupten? Hannibal, ich verstehe es nicht. nicht verstoß nicht jetzt habe ich was mit Anlauf und hier fehlen die Dichter ja schlecht gemacht wie bereits gesagt man kommt überall auf überall das viele vorher ich habe ein Kultner ein Kultner gut ich kann nicht okay 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 ja ich war schon drüben ich hätte diesen Hebel betätigen sollen oh mein Gott kann man das Goldnugget auch essen versuch mal dein Raum 2 stehen hier T ja ja schon mal drüben was gibt es hier schon Ist ein weiteres Gold langer. Ich darf keinen Block abbauen, bis ich da reinkomme. Mein Gott! Leute, ich warte in fünf Sekunden an Antworten von euch. Mie, komme ich daran, ohne dass ich diesen Block hier abbaue. Nein! Ich darf diesen Block nicht abbauen, das ist sowieso so fies. Aber ich habe einen Goldnugget. Versuchen wir wieder einen anderen Raum. Okay, da brauche ich, glaube ich, einen Dings. Einen Framer brauch. Ähm... Versuchen wir diese Sprungwelt hier. Diese Sprungwelt... Leute! Leute! die ja genau die Kilo Stichlitz mit Machtmachung schon nicht ein Goldnückel das war nicht so gut versteckt und so leicht zu finden ich bin gefragt was sie unten ist aber das ist ein wasser abkühlen das wird ja dunkel und ja genau Hannibal wenn du mein Let's Play siehst ich komme dass ich nicht deine um den Text vom Pack-up mir gefällt ist sie aber ich weiß nicht ich kann es nicht immer nicht immer nicht downloaden auf die Säge um Dennis Ate ja bam los 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 Das kann es noch nicht sein